Ein Tor Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen heißt das nächste Spiel und es ist mal wieder ein Matchballspiel um den Aufstieg. Ich weiß nicht, ja, vielleicht jetzt mal ein Tor machen, wäre ganz gut. Dann könnte man den Aufstieg vielleicht auch sicher machen, das wäre toll. Würde mich freuen. Schauen wir mal, was der Alex dazu sagt. Ich bereise euch herzlich willkommen natürlich zu einer neuen Folge von FIFA 16 Online Season. Wir spielen hier Frankfurt gegen Bayer Leverkusen. Und der Meier haut gleich mal einen raus. Meier! Und jetzt! Namastita! Who wants to be Latino? Okay. Eigner! Boah, ist das gut! Eigner! Abseits war die Lichtgeknippten! Stefan Eigner! Einer! Einer! Oh, das war ja der schlechtesten Absatzfall, die ich jemals gesehen habe. 1 zu 0, Stefan Eigner, 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 Eigner. Einer! Weiß ich nicht. Also hier ist ein Stadionsprecher, erstens mal ist der ja irgendwie nicht immer da, ne? Also Karriere zumindest habe ich den nie so wirklich wahrgenommen. Uh, nächster böser Bock. Nächster böser Bock. Und husch die! Fuck! Ich dachte mir, komm, legst du den noch einmal vor. Und dann so ne Kiste. Das sag ich euch. Ja, wie gesagt, dieser... Dieser Stadionsprecher gerade, der wirkt ein bisschen sinnlos auf mich. Weil... Also irgendwie ist der ja nicht immer da. Alter! Der kriegt nix! Du musst mich verarschen! Hä? Warum kriegt der denn... Naja. Ähm... Ist der nicht immer da, ne? Das ist die eine Sache. Hä? Okay. Komm, da gibt mir aber wenigstens den Ball. Also er ist irgendwie nicht immer da. Und, äh... Da habe ich schon fünfmal den gleichen Satz angefangen. Und, äh... Weiß ich nicht. Wenn der das irgendwie so ins Leere brüllt im Heimstadion, ist das, wirkt das irgendwie ein bisschen sinnlos auf mich. So, Chadanoglu. Sehr gut. Wäre jetzt auch nicht verdient gewesen. Weil ich habe ja extra easygoing gemacht, damit er... ...da seine AFK-Geschichte durchziehen kann. Ne? Alter, schon wieder Abseitsfalle. Was ist da los? Meier! 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 Nein! Bisschen zu hoch. Boah, nee, ey. Was macht der denn da auch noch mit seiner Abseitsfalle, Alter? Klappt irgendwie nicht so wirklich. Also wenn es beim ersten Mal schon nicht klappt, wodurch ich ein Tor kassiere. Sind wir ganz ehrlich, würde ich es ganz weiters mal probieren. Zumindest nicht im gleichen Spiel dann. Vielleicht im nächsten wieder, wo es dann nur 0 steht. Aber, naja. Mit dem Pläschen. So. Standera. Ja! Oh. Ja, Hustis kann Kopfballspieler. Hallo. Oh. Na komm, spiel die nach vorne. Schmerzg. So. Schön. Nein. Doch. Nein. Doch. Busti. Und der Beier, der Beier, der Beier, der Beier! Jawohl! Oh. Ist das der Aufstieg? Wer weiß. Meier. Oh, schade. Was ist jetzt schon wieder? Da bin ich schon wieder gelegt. Da war wieder nicht der Ball im Spiel. Und der Schiedsrichter gibt ihm wieder keine Karte. Das kann er nicht. Langsam reicht es aber mal. Hä? Wie wollte er denn den reinmachen gerade? So ein bisschen unkonditionell aus. Oh, die Abseitsfalle war nicht mal eine. Meier stand einfach nur vorne im Abseits, aber... Es war mal Abseits. Heftsch. Im Übrüttobrück. Uischtu. Macht der jetzt. Hau rein da. Hau rein, Willi. Hallo. Nicht einschlafen, Junge. Was macht der denn? Leute, kann ich leiden, ey. Oh, ich zock mal eine runde FIFA, aber ich bin nicht dabei so, weißt du? Einfach voll AFK die ganze Zeit. Ja, ich nehm die Fried-Potato-Smootie. Mann, was willst du noch in Fleisch dazu? Ach komm. Triple Burger. Ja. Ja. Xavi Hernández. Alias Chicharito. Die Erbse. Schreiten da so? Da passiert gerade gar nichts und irgendjemand schreit da am Hintergrund. Naja, es steht 2-1. Jetzt, wie gesagt, Hernández macht das Tor. Ja. Okay. Er macht jetzt aber bis jetzt auch nicht unbedingt den Eindruck auf mich, als hätte er uns, also als würde er mir doch groß gefährlich werden, aber es ist halt immer so die Geschichte. Da muss man ja mal so ein bisschen, mal so ein bisschen aufpassen. So, ich spiele jetzt aber weiter, mein Freund, weil, ganz ehrlich, wenn du ständig AFK bist, dafür kann ich nix. Einmal lasse ich mir das dennoch hier fallen, aber kein zweites Mal. So, Hushti. Ist das dein Ernst? Ach, Gott. What the hell has happened? Oh, oh, oh. Warte mal. Oh, Maja. Ich nutte das Bällchen mit. Jetzt. Maja. Hä? Sobald der Torwart den Ball hat, spielt er immer, aber sobald ein Verteidiger den Ball hat, macht er nichts. Was macht der? Was ist los mit dem Jungen? Maja. Kopfballer Kana! Doch, Maja! Schön. Dann könnten wir ihn nicht lassen. Das ist eine fatale Fehler. Vom Jungen-Bopp, Alter. Was ist das denn jetzt? Okay. Lassen wir den Ball in die Halbzeit laufen. Vielleicht. Oh, ich habe Angst, dass du da gleich die Halbzeit warten, Alter. Bis der hier mal drückt. Können die einfach durchspielen. Der ist eh nicht da. Oh, jetzt ist er wieder da. Heftsch. Ach, komm. Da gibt es jetzt bestimmt Gelb für, ne? Ja, ha, 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 ha. Reg Esel. Ich kriege Gelb. Ist natürlich eine Gelbe, klar. Aber ja. Der hat mich halt schon zweimal gelegt, wo kein Ball in der Nähe war. Und da war nichts. Dafür gibt es jetzt Gelb. Hat irgendwie so bitteren Beigeschmack. Aber jetzt dauert es erst mal wieder Jahre, bis der Freistoß ausfällt. Boah, ich hasse es. Echt. Ah, jetzt geht es mal ein bisschen hier voran. Boah, ich kann sowas nicht leiden, Alter. Och, Meierchen. Was machst du denn? Boah. Ich finde, da sollte es auch so einen internen Chat irgendwie geben, wenn man auf Pause oder sowas drückt, dass man demjenigen sagen kann, hey, Junge, wie sieht's aus? Schön gespielt. Stimmt ja. Gibt nur mal Eckball. Vor der Halbzeit. Vielleicht Aigner? Ne. Pfeifer zur Halbzeit. Gibt nur mal東. Pfeifer zur Halbzeit. Pfeifer zur Halbzeit. Äh. Pfeifer zur Halbzeit. Muss ich die verstehen Ich würde auch schon fast sagen, ich glaube, wir Weißt du, was wir machen? Wir versuchen uns den Ball in der zweiten Halbzeit einfach nur hinten rum zu kicken Na ganz ehrlich, das ist mir zu doof Das wird eine 30 Minuten Folge wahrscheinlich, nur weil er einfach nicht am Start ist Das ist So, zweite Halbzeit beginnt und ich habe das mal rausgeschnitten Jetzt dieses Warten da die ganze Zeit, ich werde das auch wahrscheinlich in der ersten Halbzeit ein bisschen rauscutten Weil das ja wirklich widerlich ist einfach nur Wie gesagt, ich spiele jetzt hier einfach ein bisschen hin und her Weil ihr seht, dass es hier ein freies Feld, er ist absolut nicht da Aber auch wirklich null Und das hatte dann gar keinen Sinn Wie gesagt Guck mal hier, der greift gar nicht an Das ist kein Abseits übrigens Ich musste ihn einfach rein, aber sorry Das war einfach zu gut Dies war's too nice, do not do it Der hat gedrückt What? Macht er jetzt Eigentore? Nee Oh, er spielt wieder, was ist los mit ihm? Ja geil, alter Und wieder der Meier Ja, warum nicht Mal ein bisschen Torwand schießen hier Mit dem Fußballgott Ah, ich wollte ihn eigentlich direkt Bam, bam, bam Ich wollte ihn bam Bam, bam Boah Schade Hey, komm doch mal jetzt nicht Am Ende geht er da noch raus Das ist übrigens immer noch unser Aufstiegsspiel Für viele, die das vielleicht nicht mitbekommen haben Wenn wir das Spiel hier gewinnen Wonach es momentan aussieht Sind wir aufgestiegen Was ist mit ihm hinten in seiner Abwehr los, alter? Hey, was macht der? Was will der? Immer So, Maja Abgefälscht Naja, können wir ein bisschen Eckbälle machen Auch nicht schlecht Oh, war nicht gut Flanke Ne Den kriegen wir aber noch Rusty hat er noch Und wie er ihn noch hat Ja Oh, war abseits Ja, knappes Ding Aber wie gesagt Irgendwann muss die Abseitsfalle ja auch noch funktionieren Geht ja nicht, dass die nie funktioniert Ich geh's mir auszutrinken an dembei Wir haben ja scheinbar alle Zeit der Welt Wenn er schon wieder AFK ist Oh Gott Vielleicht ist er auch ein FIFA-Statistiker Der gerade weitreichende Statistiken Bei verschiedensten Spielsituationen anstellt So ein Dr. Allwissen, weißt du? Weiß ich ja nicht Kann Ähm Jawohl, sagabu Hotecki Hotecki Was wird das denn? Hotecki Oh, Meier vorne. Guck mal da. Ups. Glimsy-McFimsy, Alter. Oh. Oh, er ist wieder da. Er ist wieder da. Ist einfach traurig, dass der es geschafft hat, ein Tor zu schießen. Das macht mich immer noch traurig irgendwie. Das kratzt an meiner Ehre. Mensch, Hildegard, du hattest nie eine. Na klar. Na klar. Hüchst. Oh, Wendell? Oh, Eigner. Nee, gib mir den Ball. Gib mir den Ball, du dumme Sau. Maschine! Was? Alter, der müsste eigentlich einen Lungengriss haben. Ohne Scheiße. Also ich weiß nicht, wenn du den Ball aber so nah an die Brust bekommst. Mit so einer Power stehst du im Normalfall nicht mehr einfach so da. Glaube ich. Hä? Wann, wann hat der? Oh, er macht aber noch was. Er drückt noch was. Was ist, ist der nebenbei am Wichsen oder was? Ich hatte ja nur eine Hand. Frei. Gerade. Heißt man ja nicht. Es gibt bestimmt Leute, die sich beim Zocken befummeln. Weiß nicht, hast du dich schon mal beim Zocken befummelt? Schreib's doch mal in die Kommentare. Ja, ich lass es lieber. Ja. Ja, mei, jetzt ist er drin. Vielleicht ist das ja auch so einer, der gleich mal ein Microsoft-Konto hackt. Der jetzt gerade da sitzt, so in Austin Powers Pose, weißt du, und denkt sich so, Freude dich mal über deine fünf Tore, du Fettsack. Na ja, jetzt gehört jemand an Microsoft-Konto, weißt du. Weiß ich auch nicht, ey. Hä? Ah, das ist ein Traumtor von, vom ENS. Wir sind mittlerweile, oh Gott, Gott hab uns selig. In der 81. Beziehungsweise 82. Minute, wir haben es gleich also endlich geschafft. Ey. Ey. Bück dich. Bück dich vor dem Fußballgott. Oh, was macht, was macht ein Meier da? Massiert der den, oder was? Ich spüre eine Verspannung der Macht. Meier. Ah, halt den Ball ruhig, ist gleich vorbei. Okay, 84. Wir haben nur 52% Ballbesitz. Hä? WTF? Den darf er eigentlich gerade nichts aufnehmen. Was ist das denn gewesen jetzt? So, Aigner auf Stendera. Oh nein, oh nein, Meier, 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 Meier. Den kann man noch einmal. Oh, Hush, die muss raus. Hat er ganz lange gezeigt, machen wir aber nicht. Ich mach' das Spiel seh' gleich vorbei. Ey. Ey, Hush, die, Mann. Ey. Ey. Oh, ja. Oh. Oh, je, 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 twerk mich, je, je, je. Twerk mich, Mann. Hush, die. So, Hush. Warte, ich will nur umgrätschen. Alter. Ja, Mann. So, gar nicht. Kipp's doch gar nicht. Alter. Hush, die. Lass' dich umgrätschen, Mann. Sabusch. Alter, ich rede nicht. Bleib doch stehen. Nein. Alex. Schade. Okay, gib mir den Ball. Wo ist denn seine Abwehr, Alter? So, noch mal noch ein Eckball und dann müsste es das auch gewesen sein, Alter. Endlich. Hey. Husti. Wat? Wat? Oh. Na, wer der F? Was war das denn? Husti, komm, wir probieren's mal von hier. Oh. So, Schluss aufs Ende. Ein Stück aus Mickey Mouse. Schluck. Schluck, Mickey Mouse. Schluck aus, Mickey Mouse. Was für ein gähnendes Spiel, Alter. Wir sind übrigens aufgestiegen. Auch wenn man sich da drüber jetzt... Ja, doch, ich freu mich da drüber schon, aber... Ich hätt mir halt irgendwie ein spannenderes Spiel gewünscht. Also schon, dass man halt 6-1 gewinnt. Wenn wir 6-1 gewinnen, gewinnen wir 6-1. Dann ist das halt so. Aber nicht ein Gegner, der ständig AFK ist, Mann. Ständig. Sauber. Oh, ich hab Erfolg gekriegt. Geil. Auf, auf, Aufstieg. Realisiere einander Mann gegen Mann. Irgendwatt. Den Aufstieg. Geil. Jetzt brauchen wir noch einen Punkt aus dem Spiel. Dann sind wir Meister und dann können wir weiter mit den Liga. Ich freu mich drauf. Du dich hoffentlich auch. Nächste Folge. Alle zwei Tage. 15 Uhr. Bis dahin. Ciao.